Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Das Gasthaus Franz Inselkammer der M&M Gaststätten GmbH am Rande von Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist idyllisch umgeben von Bäumen, einer Grünwiese und einem Spielplatz. Tradition trifft auf Moderne. Hier genießt man die Vielfalt der bayerischen Küche. Von Sulzen und Nockhallen über Pflanzerl und Haxen bis hin zu verschiedenen Biersorten aus der Brauerei Eihinger. Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Geburtstag. Für Feierlichkeiten aller Art stehen ein Festsaal mit rund 200 Sitzplätzen samt Bühne und Bar sowie eine gemütliche Stube bereit. Der großzügige Gastgarten bietet ebenfalls Platz für etwa 200 Personen. Außerdem gibt es eine Eistockbahn. Übernachtungsgäste profitieren von einladenden Zimmern, die alle mit kostenfreier Minibar und Kaffeemaschine ausgestattet sind. Gasthaus Franz Inselkammer – eine klare Empfehlung der FirmenTV-Redaktion.